Musik Hat sich die Beschäftigung etwas mit Jugendlichen zu tun? Ja. Sind Sie körperlich durch Jugendliche? Nein. Sind Sie geistig durch Jugendliche? Ja. Würden Sie sagen, dass das geistig-jugendliche Sein das Entscheidendere ist? Ja. Darf ich Sie nützen? Ja. Sind Sie gendert? Ist Ihnen bei Ihrer Beschäftigung öfter mal langfällig? Nein. Ist Ihre Beschäftigung eine Beschäftigung, in der Sie jedes Jahr zur gleichen Jahreszeit nachgehen? Ja. Hat Ihre Beschäftigung gedacht, im Herbst zu kommen? Ja. Sind Sie geistig? Ja. Sind Sie sich in Ihrer Beschäftigung über andere Menschen? Ja. Nein. Sind Sie bei der Beschäftigung? Nein. Sind Sie bei der Beschäftigung? Sind Sie bei der Beschäftigung? Nein. Ich bin für alles bereit, mit jedem Kontakt aufzubauen. Ich habe immer Spaß mit neuen Leuten, weil ich immer wieder neue Menschen kennenlerne. Jedes Jahr aufs Neue im Herbst. Und ich habe immer wieder Spaß, neue Ideen zu entwickeln, zu entdecken und auszuprobieren. Und ich hoffe, Ihr seid auch dabei. Hast Du einen Facebook-Sein? Nein. Habe ich. Habe ich. Hallo. Ich bin froh. Hast Du auf jeden Fall. Hast Du es? Hast Du mich? Hast Du? Hast Du dich? Hast Du? Hast Du! Hast Du? Hast Du? Hast Du? Hast Du? Hast Du? Untertitelung des ZDF, 2020